Herzlich Willkommen zum Kunst- und Kakao-Podcast. Mein Name ist Alexandra. Mein Name ist Franziska. Und wir tauchen mit spannenden Menschen in die Welt der Kunst und Kreativität ein. Wir möchten zeigen, dass es für jeden kreativen Ausdruck da draußen einen Weg gibt und dass es sich lohnt, dass auch du für deinen Traum den ersten Schritt gehst. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, über den Tellerrand zu blicken und sich freuen, ihren Farbkasten des Lebens mit neuen Nuancen zu füllen. Hallo, herzlich Willkommen zum Kunst- und Kakao-Podcast. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute ein etwas anderes Format, denn heute sind mal wir beide vor der Kamera. Betonung auf beide, denn Alexandra ist heute mit dabei. Ihr kennt sie ja eher hinter der Kamera. Wir wollen aber jetzt regelmäßige Folgen machen, wo wir auch mal beide vor der Kamera sind. Yay, genau. Ich freue mich auch mega, das jetzt auch mal für mich auszuprobieren. Bist du nervös? Ja. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man das erste Mal so vor der Kamera ist, mit Mikrofon, sich selber dann so sieht. Das ist schon echt eine Challenge. Ja, ich finde auch, es ist super ungewohnt. Ich habe mir gestern auch noch ganz viele Notizen gemacht, weil ich dachte so, ich muss gut vorbereitet sein. Und jetzt merke ich so, aber wir lassen es einfach mal fließen. Ich freue mich super und ich freue mich einfach mega, dass ich dabei sein kann. Und wir starten einfach. Genau, denn dich erwarten heute wirklich super spannende Themen, denn wir geben dir heute mal einen Einblick hinter die Kulissen, was eigentlich hinter Kunst und Kakao so abgeht. Was wir vielleicht auch, also was wir daran verdienen, woran wir eigentlich die Künstler und Künstlerinnen aussuchen, wie das Ganze abläuft. Und was einfach unser Warum ist. Warum machen wir das? Also was motiviert uns? Was treibt uns an? Lohnt sich das überhaupt für uns? Das alles zu machen. Warum machen wir es nicht einfach über Zoom? So wie viele einfach Podcasts, Zoom anschalten, Interview führen. Warum geben wir uns diesen Aufwand? Warum fahren wir zu den Leuten hin? Verbringen wir den ganzen Tag mit denen? Und ja, das sind alles so Fragen, die wir dir heute beantworten werden. Und gerade wenn du vielleicht auch irgendwie ein Projekt immer vor dir herschiebst, was du eigentlich angehen willst oder allgemein so ein bisschen Motivation brauchst, Dinge anzugehen, die dir in den Herzen liegen, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann klick direkt mal da unten auf diese Glocke. Damit hilfst du uns unglaublich und unterstützt uns mehr, als du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Deswegen, wenn du es noch nicht gemacht hast, mach es jetzt. Lass einen Kommentar da und dann würde ich sagen, legen wir los. Okay, dann fangen wir direkt mal mit Punkt 1 an. Und zwar mit der Frage, warum machen wir das überhaupt? Warum in diesem Umfang? Warum fahren wir zu den Menschen hin, teilweise wirklich sehr, sehr weite Strecken, verbringen den ganzen Tag mit denen? Und letztendlich wollen wir einfach nur eine Podcast-Folge machen. Aber warum machen wir sie denn anders, als du sie vielleicht sonst kennst? Was treibt uns an? Vielleicht magst du anfangen, was ist so dein Warum? Nein, warum? Also zum einen ist es einfach, weil ich einfach Menschen super inspirierend finde, die sich auf ihre Art und Weise ausdrücken und das sichtbar machen für die Welt, für die Menschen. Und diesen Künstlern und Künstlerinnen einfach den ganzen Tag zu begegnen, mit ihnen Erfahrungen zu machen, sich auszutauschen. Und das finde ich einfach super spannend. Und das macht die Welt einfach bunter. Und es hat mich in meinen persönlichen und künstlerischen Prozessen schon so viel motiviert und inspiriert. Also seitdem wir diesen Podcast machen und die ganzen verschiedenen Künstler und Künstlerinnen besucht haben, hat sich bei mir auch so viel getan. Und dann denke ich mir so, hm, also wenn sich bei mir da vielleicht auch so viel tut, vielleicht kann es dich motivieren, in deinen künstlerischen oder persönlichen Prozessen inspiriert zu werden, motiviert zu werden, neuen Input zu bekommen, neue Impulse wahrzunehmen. Und das ist auf alle Fälle ein großes Warum von mir. Ja, ich finde halt auch dadurch, dass wir ja diesen ganzen Tag in so eine andere Energie ja reingehen, also wir tauchen ja wirklich in die Welt dieser Menschen ein. Und ich glaube einfach, dass das auch in den Endfolgen am Ende auch wirklich rüberkommt. Also dass auch du davon etwas abbekommst, weil ich fand auch, wir haben ja nochmal so schön gesagt, eigentlich sind diese Folgen wie so Therapiestunden, wie Coachingstunden, weil wirklich in uns sich immer unglaublich viel getan hat. Also immer, wenn wir da einen ganzen Tag waren oder danach wieder heimgefahren sind, das ist wirklich, kannst du dir vorstellen, wie so ein Samen, der sich so in uns eingepflanzt hat und dann so langsam daraus etwas Neues entstanden ist. Also es ist wirklich, es hat so nachgearbeitet. Und auch heute noch habe ich immer wieder, wenn ich in Stresssituation bin, dann hole ich mir immer den Satz zum Beispiel von der Ulrike, unserer ersten Folge, die wir so gemacht haben. Immer wieder dieses natürliches Wachstum. Die Dinge brauchen ihre Zeit. Und das ist etwas, das ist so mein Mantra geworden. Immer wenn ich das Gefühl habe, das geht mir hier alles nicht schnell genug und eigentlich müssten wir doch jetzt schon das und das machen und mit dem und dem Equipment und mit dem und dem Team. Und dann denke ich mir immer so, nein, enjoy it. Enjoy den Wachstum. Also genieß es. Enjoy den Journey. Ja, das ist einfach so. Und mein großes Warum ist wirklich wie so eine bunte Bewegung. Also das sagen wir auch manchmal so, werde Teil einer bunten Bewegung. Weil Kunst ist nicht nur für unsere Kunst-Bubble, sondern unser großes und auch mein großes Ziel ist eigentlich so diese Bubble mal so ein bisschen aufzusprengen. und dass einfach jeder dazu Zugang hat. Und ich hoffe halt einfach, dass durch dieses Format da einfach ganz viele Menschen erreicht werden und inspiriert werden, weil Kunst etwas ist, wo wir einen Ausdruck für uns finden können. Und es ist wie so ein Ventil für den Alltag. Ja. Genau. Ja, und auch der Punkt, dass es einfach ganz viel Spaß macht. Ja, stimmt. Es macht auch immer unglaublich viel Spaß. Es macht ganz viel Spaß. Ja, es ist so ein Herzensprojekt und es ist einfach so, was einfach jetzt als freies Projekt gestartet hat. So, wobei du es ja mit der Nora erstmal gestartet hast. Ich bin da jetzt so dazugekommen. Und ich einfach finde, ein Feld zu haben, wo man sich ausprobieren kann, wo wir das alles machen können, wie wir das wollen, wo wir Erfahrungen sammeln, wo wir uns ausprobieren können, wo es wachsen kann, wo wir Fehler machen können. Oh mein Gott, wir haben auch schon so viele Fehler gemacht. Ja. Da können wir auch mal eine Folge dazu machen. Jeder und jeder war aber so wichtig, weil sonst wären wir da auch nicht so daran gewachsen. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ja, warum ich das einfach mache und einfach, weil es so eine Kontinuität hat. Der Podcast hat eine Kontinuität in unserem Alltag oder in unserem Leben und merke immer mehr, wie wichtig diese Kontinuität ist. Also, wenn du an etwas dran bleibst, dann wächst das automatisch. Und das ist einfach, und du wirst dich auch nie bereit fühlen, wie auch die Xenia gesagt hat. Also, gut, manche fühlen sich vielleicht auch bereit. Nur merke ich das, wenn, oder auch heute. Ich habe mich auch nicht bereit gefühlt, irgendwie hier zu sitzen und diese Folge aufzunehmen. Und der Satz klingt zwar abgedroschen, aber learning by doing. Du wirst dich nie bereit fühlen. Du wirst dich nie bereit fühlen. Bis du es das erste Mal einfach gemacht hast. Und dann ist es beim ersten Mal noch ein bisschen so. Und es wird von Mal zu Mal besser. Aber einfach machen. Und weg von diesen, uns da manchmal zu viele Gedanken zu machen. Es muss perfekt sein. Oder seine eigenen Ansprüche so hochzustellen. Oder Angst zu haben, Fehler zu machen. Und das, es darf alles sein. Einfach machen. Genau, das mit der Kontinuität hat die Alexandra so ein bisschen auch von der Stefanie Hüllmann mitgenommen. Und das ist eine Folge, die euch ja auch bald erwarten wird. Also, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Die ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Und hat uns beide, würde ich sagen, sehr geprägt auch. Also, wirklich sehr, 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 sehr schön. Und jetzt würde ich gerne so einen fließenden Übergang machen. Und zwar, jetzt hast du so ein bisschen unser Warum. Und jetzt kommt es so ein bisschen, was springt am Ende eigentlich dabei raus. Weil das ist ja oft so ein bisschen, gerade in unserer Gesellschaft geht es immer viel so, ja und verdient ihr jetzt was da dran? Was bekommt ihr dafür? Lohnt sich das? Das sind ja oft so viele Punkte, die bestimmt auch dich da draußen, wenn du mal was angehen möchtest, so ein freies Projekt. Ist das jetzt einfach Spaß? Oder soll da was bei rumkommen? Ich finde, das sind immer so wichtige Punkte. Und da wollen wir zum Beispiel total transparent mit euch sein. Denn wir haben aktuell ja wieder einen Sponsor. Noch wird das irgendwie finanziert. Es gab ja mal eine Zeit, da wurde Kunst und Kakao sehr aktiv auch mal von Kakao Misha unterstützt. Und das war auch super, weil sonst gäbe es wahrscheinlich viele Folgen einfach nicht. Also es war einfach damals ein unglaubliches Geschenk. Und auch heute unterstützt du uns ja auch immer noch mit dem Code Kunst und Kakao, wo du auch 10% auf deinen Kakao sparen kannst. Aber abgesehen davon ist jetzt gerade nicht so irgendwie da, was gesponsert oder finanziert wird. Und genau, da möchten wir euch einfach mal so ein bisschen erzählen, was uns eigentlich so eine Folge vielleicht auch kostet. Magst du vielleicht mal was so dazu sagen, was eigentlich da wir so alles beachten müssen, was da so reinfließt in einer Folge? Ja, also ich sage immer so, der Vorteil ist einfach, dass auch durch meine Selbstständigkeit oder meinen Beruf, den ich ausübe, dass wir einfach das ganze Equipment schon hatten oder es einfach da ist. Das ist so etwas, was ein großer Vorteil von uns war, dass das Mikrofon da ist. Also das war jetzt kein großer finanzieller Aufwand, sich da aufzustocken. Was es uns einfach kostet, ist natürlich die ganze Zeit so eine Folge vorzubereiten, die Künstler und Künstlerinnen anzuschreiben. Also einfach diese ganze Akquise, die Vorgespräche, die man führt. Dann fahren wir da ja einfach hin. Das kann mal zwei Stunden sein, es können aber auch mal fünf oder sechs Stunden sein. Da hat man einfach die Spritkosten und den Verschleiß vom Auto, würde ich sagen. Ja, teilweise übernachten wir auch dort. Ja, aber da ist einfach der Vorteil, dass bei allen, egal wo wir bis jetzt übernachtet haben, wir mussten noch nicht einmal ein Hotel oder so nehmen. Also wir hätten jetzt noch nicht einmal Übernachtungskosten, muss man auch dazu sagen. Genau, also zusammengefasst kann man so ein bisschen sagen, Aufwand der ganzen Stunden, die halt in so eine Folge reingehen. Hin- und Rückfahrt, immer zwischen zwei und fünf Stunden. Also meistens mit Übernachtung. Und dann kommt halt die Post-Production. Und die Post-Production. Das ist schon so, wo ich einfach schauen muss oder wo wir schauen müssen, neben der normalen Arbeit, dass der Podcast einfach auch so den Raum bekommt. Priorität, ja. Eine Priorität bekommt, aber es hat natürlich trotzdem nicht die gleiche Priorität, im Gegensatz zu Jobs gerade, die einfach meinen Lebensunterhalt sichern. Und da einfach zu gucken, das ist auch in Ordnung. Und Kunst und Kakao darf eben wachsen. Und ich finde es auch so schön, dass wir das nicht gestattet haben, nur aus dem Aspekt zu, boah, das muss jetzt uns reich machen. Damit muss man jetzt viel Geld verdienen, sondern wir machen es einfach, weil es Spaß macht. Und vielleicht darf es auch auf dieser Ebene bleiben. Also wir sind ja total offen. Wir haben da nicht den Anspruch, dass das jetzt irgendwie groß Profit machen muss, sondern es muss sich für uns gut anfühlen. Wir wollen da einfach die Freiheit gerade haben, das so zu gestalten, wie wir wollen. Und das ist halt auch der Vorteil, wenn du von niemandem abhängig bist, kannst du halt das auch alles so machen, wie du möchtest. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil, den ich irgendwann immer mehr für mich entdeckt habe, so ein Projekt zu haben, wo, da kann ich jetzt sagen, ich mache das jetzt so und so. Ich will jetzt, dass wir das bei dem Ort machen und nicht bei dem Ort. Oder dass wir das und das anhaben oder was auch immer. Also ich finde, das ist halt einfach alles so eine unglaublich große Freiheit. Und was ich da auch mitgeben möchte an dich ist, das klingt natürlich jetzt unglaublich viel. Und ich muss auch sagen, so von den Kosten ist es auch einiges. Das finde ich, kann man auch nicht wegdenken. Man muss sich das auch leisten können. Aber auch da, es gab bei uns echt eine Zeit, wo wir auch gedacht haben, so boah, wir kriegen das nicht hin. Wir können das einfach gerade nicht. Und kreativ werden. Und vor allen Dingen auch überlegen, brauche ich das jetzt wirklich? Wir hatten zum Beispiel am Anfang dieses Ding, wir brauchen jetzt voll die krassen Hightech-Mikrofone, weil ein Mikrofon, das können wir doch nicht bringen. Und das war so voll so, Gott, dann kam irgendwann meine Schwester, naja, dann machen wir es halt nur mit einem. Dann haben wir uns da so drauf festgefahren, das muss jetzt so sein. Und wenn wir die jetzt nicht haben, dann ist das alles nichts wert. Und da wirklich zu gucken, was brauchst du wirklich? Und was ist vielleicht nur nice to have, gerade um anzufangen? Und auch mit Sprit haben wir zum Beispiel angefangen, okay, echt viel Geld, dann Blablacar. Dann haben wir halt angefangen, alle Fahrten, die wir gefahren sind, in den Blablacar reinzustellen. Und die teuerste Fahrt, die wir uns mal angebrockt haben, war die nach Hamburg, wo wir auf der Hinfahrt geblitzt wurden und auf der Rückfahrt. Das war bisher unsere teuerste Fahrt. Das war unsere teuerste Fahrt. Aber auf unser eigenes Verschulden. Und dann sind wir halt einfach auch noch die Idee gekommen, dadurch, dass wir ja auch immer die Künstler und Künstlerinnen im Rahmen von einem Shooting auch nochmal fotografisch festhalten, weil wir brauchen einfach Bilder für den Podcast auch. Und wir haben dann einfach ein größeres Shooting so daraus gemacht, dass da einfach auch Bilder bei Rungen kommen, die die Künstler und Künstlerinnen vielleicht auch gut für sich selber brauchen können. Und dass wir die quasi auch, das konnten dann die Künstler und Künstlerinnen im Nachhinein einfach dazukaufen. Und dabei wurden bis jetzt eigentlich alle unsere Kosten gedeckt, unsere Spritkosten. Ja. Und das ist super. Bisher wurde das immer gedeckt. Genau. Und Übernachtungsmöglichkeiten mal dann auch so. Einmal haben wir gecampt bei der Ilka zum Beispiel. Genau. Das war richtig cool. Und dann haben wir es immer versucht, irgendwie bei Freunden oder Family so ein bisschen zu verbinden. Bisher hatten wir Glück. Es lag irgendwie immer ganz praktisch. Es lag immer verscheckt gefühlt. Ja, aber das ist mal so wirklich ein sehr transparenter Einblick, so was uns das eigentlich auch kostet, so eine Folge. Und das aber, wenn ein Villager ist, auch ein Weg da ist. Und am Anfang ist es einfach machen. Dann macht man es halt mit deinem Mikrofon. Dann macht man es halt mit nach einer schlechteren Kamera. Wenn du jetzt noch keine Hightech-Kamera hast. Also es ist so, einfach anfangen. Ich finde, der Rest ergibt sich dann eh schon alleine. Dann kann man auch schön reinwachsen. Genau, dann kann man auch reinwachsen. Da sind wir wieder bei diesem natürlichen Wachstum. Deswegen ganz wichtig, egal was du vorhast, genieß den Weg dahin. Cool. Ja. Nächste Frage ist so ein bisschen dieses, das hat mich zum Beispiel damals total interessiert, als ich so voll auf Podcast-Recherche war, so ein bisschen, ja, wie machen die anderen das denn so? Wie gehen die denn da vor? Woran suchen die die Leute aus? Gibt es dann ganz viele Vorgespräche? Ja, wie ist das so wirklich? Wie geht man da so vor? Deswegen möchten wir das heute mit dir teilen, weil vielleicht interessiert dich das ja. Weil mich hat es immer interessiert. Ich war einmal, dass er auch nicht so vergleichen kann mit, also du gehst schon in den Punkt Podcast führen, Interview führen und so. Da in die Gesprächsvorbereitung würde ich sagen, ist das ähnlich zu einem anderen Podcast. Ja. Aber dann noch in die Vorbereitung zu gehen. Wie setzen wir es filmisch um? Wie setzen wir es filmisch um? Was ist unser Storytelling? Da merken wir auch gerade, das wird sich auch immer weiterentwickeln. Also das finde ich auch so spannend. Genau. Ich bin jetzt gerade beim Schnitt von der Podcast-Folge von der Stefanie Hüllmann und merke auch nochmal so krass, man lernt einfach so viel nach jeder Folge, nach jedem Dreh. Und da bin ich auch nochmal gespannt, wo da die Reise hingeht, so was das Filmische, was das Storytelling angeht, was die ganze Geschichte mit Podcasts und Filmen, super spannendes Feld und tausend Möglichkeiten. Und da natürlich auch den Künstler oder die Künstlerin mit einzubeziehen. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und weil da sind auch oft Ideen da, wie kann man es umsetzen. Total. Und das finde ich auch richtig cool. Und sich halt immer auch Veränderungen dazu erlauben. Also dadurch, dass wir beide eh totale kreative Köpfe sind, glaube ich, würde es gar nicht gehen, wenn man es jetzt noch auf eine Leinwand irgendwie einsperren würde. Sondern wir brauchen schon so ein bisschen dieses Feld auch der Veränderung. Wir probieren uns einfach total aus. Wir wachsen auch mit jeder Folge. Ja, und da haben wir uns auch oft schon auch da mit den Künstlern Rücksprache gehalten. Was ist dir wichtig für Themen? Was willst du vielleicht mit reinbringen? Dann ganz wichtig immer die Absprache. Was sollen sie vorbereiten? Also, dass sie auch wissen, dass ein Shooting stattfindet. Dass sie wissen, dass wir ganz viele Szenen auch immer vielleicht nochmal neu drehen müssen. Also, dass es einfach auch ein Tag wird, der sehr, und da können wahrscheinlich alle Künstler bisher ein Lied von singen, am Ende von so einem Tag. Intens, ne? Bist du platt. Ja. Also, das ist wirklich so ein Film- und Shooting-Tag. Es gibt nichts Erfüllenderes. Man liegt viel im Kluge, ne? Ja, es gibt echt nichts Erfüllenderes. Danach ist man wie high, aber auch echt fertig. Ja. Also, auch echt super kaputt. Und, ja. Und ansonsten finde ich halt auch immer total wichtig, dass sich einfach der Künstler, die Künstlerin wohlfühlt. Ja. Also, was darf ich filmen, was nicht? Wie fühlst du dich wohl? Und vor allem von Anfang an auch immer die Kommunikation. Wenn du irgendwas nicht möchtest, wenn dir etwas Unangenehmes, Sonstiges, immer Bescheid sagen, sondern es soll sich einfach jeder wohlfühlen. Genau. Und letztendlich treffen sich einfach mehrere Menschen und erschaffen einfach zusammen was Kreatives. und das erfüllt einfach auch, glaube ich, so dieses, ich finde es immer so toll, zusammen mit Menschen kreativ zu werden und was Tolles auszudrücken. Total. In diesem Format jetzt zum Beispiel. Ja, total. Also, da lassen wir auch wirklich die Künstler auch einen total großen Spielraum. Also, die können das so mitgestalten. Und der eine nutzt es mehr und der andere weniger. Und bald ist es da okay. Also, wir hatten schon, keine Ahnung, die Ilka kam jetzt in der Liste, was ich schon alles für coole Ideen hatte von Kameraaufnahmen und Schwenks und Situationen und andere sagen, ach, macht einfach. So. Und beides ist okay. Beides darf sein. Beides darf sein. Und bisher war es am Ende so, dass man wirklich das geführt, man hat eine neue Freundschaft geschlossen auf einer gewissen Ebene und man hat einen tollen Kontakt. Und dass jede Folge auch total anders werden darf wie die Folge davor. Also, wir gehen nicht so nach Schema F, die Reihenfolge, so und so muss es sein, sondern das ist einfach Individuelle alles wie der Künstler oder die Künstlerin einfach auch. Genau. Und das wäre auch, wir sind ja auch jeden Tag anders und wir dürfen uns jedes Mal neue kennenlernen. Und genauso ist dieser Podcast. Der darf sich verändern. Und ja, ich glaube, aber wir haben da jetzt ziemlich viel dazu gesagt. Wenn dir noch eine Frage einfällt zu unserer ganzen Sache, unseren ganzen Prozedere hier, dann schreib uns gerne. Also, wir freuen uns über jeden Austausch. Über jeden Austausch, über jede Frage. Deswegen, ja, schau dich da nicht und nutz die Kommentarbox. Schreib uns gerne dein Feedback. Okay, dann würde ich sagen, haben wir Kunst und Kakao soweit alle Fragen beantwortet. Mhm, glaube ich auch. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen hier drauf eingehen. Hier drauf eingehen. Meine liebe Schwester Alexandra, denn sie ist ja heute das erste Mal mit vor der Kamera und mit am Mikrofon. Und sonst habt ihr ja mal eher Ausstift von ihr so gesehen. Und wir haben ja letztens auf Instagram haben wir ja schon mal so fünf Fanfacts so ein bisschen über uns geteilt. Das fand ich ganz cool. Da war zum Beispiel, wenn du es nicht gesehen hast, dass Alexandra ja schon mit, mit wann hast du das erste Mal die Kamera in der Hand gehabt? Mit 15, mit 14? Ja, irgendwie so. Also, wir haben ja auch schon als Kind, wir müssen sagen, wir sind ja mit einem, wir sind auch mit Eltern groß geworden oder beziehungsweise unser Partner hat uns ja gefühlt, unsere ganze Kindheit fotografiert und gefilmt. Deswegen, das war schon immer präsent, so einfach so festgehaltene Momente in den Händen zu halten, Bilder in den Händen zu halten und es geht ja durch die Familie. Also, wenn wir Fotoalben zu Hause angeschaut haben von den Familienväterlicherseits, gibt es einfach unglaublich viele Fotografien. Ja. Und es war für uns ja normal und ich habe mittlerweile auch so bei meinem Partner festgestellt, das ist gar nicht so normal, dass es immer so viele Aufnahmen, so viele Erinnerungen gibt, sage ich mal. Und das würde ich sagen, ja, hat schon immer geprägt und dann ist es einfach mit 15, 16 einfach so losgegangen. Selber am Anfang vor der Kamera, dann habe ich selber mehr Interesse gehabt, hinter der Kamera zu sein, also zu fotografieren. Und dann wurde es aber doch erst mal die Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton, also eigentlich erst mal in das Bewegtbild. Und während meiner Ausbildung ist es dann aber mit der Fotografie immer mehr geworden, dass ich dann auch in mein Nebengewerbe angemeldet habe und dann ist das so gewachsen. Genau, aber dann war ich jetzt auch mal zwei Jahre raus, weil ich in Elternzeit war, wegen meinem kleinen Sohn. Und jetzt bin ich... Alexandra ist nämlich stolze Mama. Ja. Ja, also mein kleiner Böbelwind hat mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt und zum Positiven auf alle Fälle auch. Genau, und jetzt mache ich das halt aber auch seit fast zwei Jahren wieder so richtig selbstständig. Hauptberuflich. Ja, also hauptberuflich, genau. Also neben Familie und Kind so. Eigentlich daneben beruflich. Eigentlich der hauptberuflich. Das Kind. Das Kind. Genau. Also es ist immer viel Organisation gefragt so und das Wichtigste ist einfach ganz viel Zeit für mein Kind und meine Familie. Und meine Passion ist einfach meine, ja, Fotografie und Film. Und hättest du jemals gedacht, dass so, keine Ahnung, wenn dich jetzt jemand gefragt hätte, ja, hättest du gedacht, vor fünf Jahren würdest du irgendwann einen Podcast mitführen oder wie? Nee, das auf gar keinen Fall. Also ich habe mir bestimmt schon gedacht, so boah, nochmal mehr einfach in den Bereichen zu wachsen, für die ich brenne. Nur wie das aussieht, hatte ich gar keinen Plan. Und das finde ich so spannend, dass einfach so viel möglich ist, wenn wir uns einfach auch trauen. Und ich merke, was mir die Selbstständigkeit super gebracht hat, ja, aus meiner Komfortzone zu gehen, einfach weil ich dann oft auch nicht so die Wahl hatte. Und es war aber auch gut, weil ich das auch dann gebraucht habe, so für mich. Und ich merke jetzt auch immer mehr, wie ich da reinwachse, wie sich immer mehr Struktur etabliert, wie man einfach sicherer wird, auch in dem, was man tut. Und ich liebe es einfach, Momente einzufangen, Menschen einfach festzuhalten und zwar halt einfach die Schönheit, die von innen herauskommt und nicht so das, was wir immer so von außen sehen, weil ich finde, die Ausstrahlung oder ob jemand wirklich was transportiert durch die Kamera, das hat nichts mit deinem Aussehen zu tun, sondern es ist das, was von innen heraus strahlt, was ich gerne einfange mit meiner Kamera, weil jeder Mensch hat einfach eine, also hat einfach eine Ausstrahlung und so eine Schönheit und das bewundere ich so an Menschen. Also egal, wo ich auch immer bin und so und wenn ich Menschen einfach so wahrnehme, denke ich mir so, wir Menschen sind einfach schön. Wir sind manchmal, glaube ich, unsicher oder haben so das Gefühl, uns verstecken zu wollen oder zu müssen oder sind so von unserer Mimik und Gestik gewohnt, dass wir denken, ja, das bin ich halt und bei der Fotografie oder bei Shootings kommen oft so andere Seiten von den Menschen hervor, wo ich merke so, wow, richtig cool einfach und ja, das liebe ich. Ja, Bewegtbild und Fotografie, beides. Das ist ja auch, dadurch, dass ich meine Schwester Fotografin ist, ist es immer so, wenn ich fast genug von mir habe, das ist auf jeden Fall Bilder, weil immer, wenn sie irgendeine Idee hat oder mit irgendeiner coolen, neuen Idee um die Ecke kommt, dann kannst du da für mal Models stehen. Ja, okay. Und dadurch, auch wenn du vielleicht auch mal Lust hast, auf mal ein Shootig zu machen oder das schon etwas ist, was du lange vielleicht mal ausprobieren willst, ich kann da aus meiner Erfahrung sagen, dass du dich dadurch selber auch noch mal ganz anders kennenlernst. Also ich hatte schon so oft diese Momente so, wo ich dann Bilder gesehen habe, die Alex gemacht hat, wo ich mir echt so gedacht habe, ach, das bin ich. Das ist so, das ist einfach noch mal was anderes und ja, ich finde, du schaffst es einfach Menschen, dass die sich pudelwohl fühlen vor der Kamera und das ist schon echt, das ist auch eine Gabe und ja. Ja, es ist halt interessant, weil ich dachte früher, okay, ich muss die Kamera gut beherrschen. Dann kommt natürlich der Blick auch dazu und so weiter und ich habe aber noch mal mehr festgestellt, dass es die Kommunikation noch ist, die ausschlaggebend ist. Also klar, solltest du den Blick dafür haben, mit einer Kamera umgehen können, aber die Kommunikation macht so viel aus und da habe ich auch immer mehr den Fokus drauf gelegt, wie kommuniziere ich mit den Menschen vor meiner Kamera, wie kann ich schaffen, dass sich dieser Mensch sicher fühlt, weil es ist am Anfang, gerade für Menschen, die keine Erfahrung haben vor der Kamera, mega weird, wenn so eine Kamera auf dich gerichtet ist. Da fühlt man sich einfach erst mal so, was mache ich denn jetzt und den Menschen dann so eine Authentizität zu geben, so einfach sein zu dürfen, locker zu sein, sich sicher zu fühlen, das ist so ein Bereich, da hört man wahrscheinlich auch nie auf zu lernen und das ist so ein Punkt, wo ich sehr viel den Fokus auch drauf gelegt habe, weil es super spannend auch ist. Ja, und auch trotz, dass wir ja so mega ähnlich aussehen, obwohl es immer so, wir finden das ja immer gar nicht so, da könnt ihr ja auch keiner mal sagen, jetzt seht ihr euch ja uns so nebeneinander, ob ihr findet, dass wir uns sehr, sehr ähnlich sehen, obwohl ich auch dazu sagen muss, wenn wir nebeneinander sind, ist es leichter, als wenn es immer nur einzeln ist, aber früher konnten sich unsere Kindergärtnerinnen ja wirklich nur uns an unseren unterschiedlich farbigen Schuhen auseinanderhalten, weil sie hat immer blau getragen, und nicht rot, das war immer so denen ihre Rettung quasi und ja, ich würde sagen, so das Haupt, den Hauptunterschied, würde ich sagen, ist aktuell die Haarlänge und meine Schwester sagt den Leuten immer, sie hat hier dieses Piercing, das habe ich nicht. Ja. Das sind die Anfängungshilfen. Das sind so die, das ist ohne die. Genau, genau, also wenn mal so unterschiedliche Folgen jetzt so kommen, wo auch mal vielleicht Alexandra alleine oder ich alleine, dann wisst ihr, woran ist, woran wir so genau ranzoomen und oder wir ziehen uns wieder, ich ziehe mir blaue Schuhe und ich ziehe mir rot. persönliche Einblicke bekommt und wir hoffen, wir konnten dir da draußen jetzt ein bisschen Mut machen, auch mit deinen Projekten loszugehen, denn das ist unser großer, großer Wunsch, dass du erkennst, du kannst das und du rockst das und du machst die Welt damit bunter und kannst damit wieder andere Menschen inspirieren und das ist, es ist egoistisch, wenn du es nicht machst, weil dann kriegen ganz viele Leute dieses Geschenk nicht. Ja, total. Vielen Dank auch von meiner Seite, ihr könnt euch auf alle Fälle auch auf eine tolle nächste Podcast-Folge mit der lieben Stefanie Hüllmann freund, das ist die, die als nächstes kommt und einfach auch ein großes Danke, also klar, ich freue mich, und wenn es auch nur einen da draußen motiviert und inspiriert ist, dass wir schon eine Motivation haben, das zu tun und ich freue mich natürlich aber trotzdem über das ganze Feedback, was auch jetzt in den letzten Wochen wieder gekommen ist oder letzten Tage und das motiviert einfach auch nochmal mehr, finde ich, das pusht schon nochmal, da einfach dran zu bleiben, weiterzumachen und da einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön. Dankeschön. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen, was du auch gerade tust. Genau. Und du bist toll und ja, ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, Kakao.